Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Final Fantasy X in der HD-Remaster-Version. Ja, wir sind hier am Illuminum-Fluss und den müssen wir überqueren. Aber das Ganze ist nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen, denn wir haben beim letzten Mal erfahren, dass Beschwörer entführt werden. Also, davon ist auszugehen. Es sind zumindest Leute verschwunden. Und das ist der berüchtigte Schnu, der uns über den Fluss bringen soll. Das ist super, Frau. Ich will fahren. Ich will fahren. Jawohl. So, ich habe jetzt die Leidheit, mich hier nochmal umzusehen, ein paar Kisten mitzunehmen und auch mit Walker zu quatschen. Zeig mir Ausrüstung und Items. So, jetzt ist der Steinschlag weg. War auch lustig genug beim letzten Mal. Gut, das soll es gewesen sein. Was hast du? An Items? Hast du nur die üblichen Tränke? Ja, da brauche ich eigentlich nicht wirklich was von. Hm? So, ich bin nehm. Schwerf, ich bin nehm. Ich bin nehm. Ja, ich bin ein, was ich noch nicht gesehen habe. Ich bin nehm. Ich bin nehm. Ich bin nehm. Ich bin nehm. Schwerf, das ist so, wie sie sich angeschaut haben. Juna, die rüber in den川? Ich bin nehm. Schwerf, das ist so, dass sie sich angeschaut haben. Oh, du verkaufst auch was. Giftschild, Wasserring. Äh, öh. Kaufen, du auch? So viel Zeug, ey. Hm. Er sagt, danke sehr, obwohl ich nichts gekauft habe. 10 Jahre. 10 Jahre. Ah, wie eine Geschichte? Oh, Mann. Ha,しょうがねer na. Wow. Oh. 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 Was ist das? Nein... Das ist so... Es tut mir leid. Ich werde den Schwerf nicht verletzen. Ich werde den Schwerf auf dem Weg gehen. Entschuldigung, General. Das ist ein sehr langer Weg. Wenn man nicht mehr geht, dann kann man es sich nicht verletzen. Das ist so dumm. Oh Mann, der Chocobo darf nicht mit, also... Tja, wer weiß das schon. Da wird er kurz die Erzählerstimme durchgerückt. Ähm, du bist doch hier der Alte, ne? Genau. Meitschen, ja, erzähl mal was über die Schnu. Das war ja jetzt nicht viel, aber okay. So, die hier im roten Hemd ist eine Blitzbeispielerin, glaube ich. Oder auch nicht. Ich darf sie zumindest nicht. Nach dem Turnier von Luca wollte ich gleich zurück nach Bewell, doch die Bürger hatten die Straße abgeregelt und ich saß fest. Ich dachte eigentlich, sie... Ich darf nicht. Ne, geht nicht. Okay. Warum da... Willkommen, verehrter Herr. Sie haben dir eine gute Wahl getroffen. Wenn Sie bei uns einkaufen, sind Sie alle Probleme los. Ach ja, schon wieder. Wie viele Verkäufer stehen hier oben? Walker. Alles klar. Okay, so. Warum darf ich die denn nicht... So, warte mal. Ich geh mal kurz ins Blitzballstadion, weil ich was gucken will. Pokalspiel ist verfügbar, allerdings ist da keine neue Tombola als preisverfügbar. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal nicht Blitzball spielen. Gut. Ja, und ansonsten kann ich nicht mehr viel machen. Warum darf ich denn mit denen nicht... Oder war das auf der anderen Seite? Das kann auch sein, dass die ganzen Blitzballspiele auf der anderen Seite stehen. Sparfen, oder? Willst du... Ja, reiten willst du auf dem Schnu? Ja, ich... Geht los. Musste kurz gucken, weil die... Die haben einen Sprachfehler. Und es hat gerade einfach Verwirrungen in meinem Kopf gegeben. Sparfen, Schwarz! Genau, wir müssen zum Nordufer. Hey. Hm? Schau mal. Was? Schau mal. Was bedeutet das auf den Boden? Hmm... Es ist viel Wasser und es ist便宜, oder? Nein, nein. Nur, das ist es nur das Wettbewerb. Ich wollte nur die Kraft versuchen. Huh? Ich glaube... Das ist das Ebon-Evon. Menschen haben keine Kraft, ohne die Kraft zu nutzen. Wenn man nicht mehr braucht, dann ist es kein Problem. Aber ich glaube, ich habe schon ein paar Geräte benutzt, nicht wahr? Stadiums oder so, oder? Die Kirchen hat sich entschieden. Diese Geräte ist kein Geräte, diese Geräte ist kein Geräte. Welche Geräte ist das Geräte? Ich habe schon gesehen, dass ich diese Geräte gesehen habe. Das Geräte ist wieder ein Geräte. Geräte? Ich habe schon ein Geräte, ein Geräte zu vermitteln. Während der Geräte wird, die Geräte wird stärker. Ich habe keine Geräte, sondern ich habe keine Geräte. Ich habe keine Geräte, die Spirra zu vermitteln. Ich habe eine Geräte, die Spirra zu vermitteln. Ich habe nicht das Geräte, Spirra zu vermitteln. Aber ich habe nicht gesagt, dass der Geräte nicht endet. Was ist das? Was ist das? Ich habe plötzlich gesehen, dass der Geräte und die Spirra zu vermitteln. Die Spirra zu vermitteln ist. Aber ich habe den Räte, der Geräte ist. Na? Geräte ist ein Geräte zu vermitteln. Das ist ein Geräte. Das ist ein Geräte. Das ist ein Geräte. Aber es ist nicht schlecht, was es nicht schlecht ist. Was ist das? Du kennst die Spirra zu vermitteln. Und die Spirra ist es mir nicht schlecht. Es wird ein Geräte. Was ist das? Oh oh, was ist hier denn los? Nicht schon wieder die Albat. Yuna, ich mach das Gefühl! Um das mit den Kriegen zu verhindern und ich hab das Vieh gerade in zwei Schlägen getötet, einfach weil ich zu stark gelevelt bin dadurch. Oh man, oh man, okay, das sehe ich auch noch nicht, aber kein Ding. Der Boss wäre, die Bosse sind so oder so kein Problem, also ich nehme das mit Humor, ihr vielleicht nicht, aber ich weiß nicht. Schreibt es in die Kommentare. Jawohl. Gehawa, nein? Ja, ich bin okay. Oh, oh. All right, Albatta, die Leute! Ich bin okay, oder? Entschuldigung, ich bin okay. Yuna! Ja! Schpaaaf, start! Was ist das? Was ist das? Ich habe gesagt, dass die Kymari das Begrüßte, was ich gesagt habe. Ich habe die Verkaufs gesagt, dass die Begrüßte die Begrüßte nicht mehr verletzt hat. Oh, das ist das Arbedo-Geräusche? Oh, Arbedo-Geräusche. Was ist das? Was ist das? Das ist doch egal. Ich weiß nicht, ob ich das Arbedo-Mitglied von Arbedo-Mitglied zu sprechen. Wer will sich den anderen, die Yuna zu retten, so einfach nachdenken. Ich werde das. Das ist doch so. Genau. Okay, die doch etwas turbulentere Reise ist damit überstanden. Wir sind auf der anderen Seite angekommen. Hm. Das ist also hier Lady Yuna. Aha, verstehe. Erstmal wieder umringt von den ganzen Leuten. Stille Zeit, bla bla bla. Ich möchte miterleben, bla 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 bla. Wirklich jetzt? Hallo? Wollt ihr mal aufhören damit? Mit wem muss ich denn hier wieder reden? Hallo? Darf ich mal hier durch? Hallo? 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 Ich bin Polizei. Darf ich mal durch? Ich bin Arzt. Hallo? Ich bin Arzt. Ich muss hier durch. Ich bin Arzt. Oh Gott. The fuck? Mann. Ach so. Ah, okay. Da vorne steht auch Auen. Alles klar. Und Oaka, du bist auch... Wie kommst du jetzt so schnell hier rüber? Jetzt hast du nur noch Potions, okay. Ich hatte mich gewundert, warum auf dieser Seite des Lustes keine Halsabschneider sind. Aber ehe ich mich versah, hatte ich dem Typen von dort schon tonnenweise Zeug gekauft. Okay. Hast du dir super gemacht. Auen? Yo. Ah, du bist ein Blitzballspieler. Miyu. Ah, wenn ich jetzt wüsste, was du kannst. Die ist nämlich frei. Ich weiß es aber gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie brauche. Deswegen müsste ich mal gucken, was Miyu kann. Lady Yuna scheint eingetroffen zu sein. Man spürt förmlich die Erregung des Volkes. Das große Erbe des Vaters und zu dem vom Volk geliebt. Geradezu perfekt. Ah ja. So, ich glaube, wir müssen jetzt einfach weitergehen. Dann ist der Rest automatisch dabei. Komisch, aber ist so. Äh. Äh. Hallo? Kennen wir dich nicht? Ich bin... ... 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